Hi Leute, ich gehe kurz spazieren mit meinem Partner. Das ist mein Assistent. Ja, für heute vielleicht nur. Naja. Ja, für heute nur. Ja, wohnt ihr genau noch in Spalmstraße? Ja. Und dann könnt ihr uns hier zu viel überbekommen. Ja. Wieblingen, Ulm. In Ulm. Johannes-Balmstraße 75, sag mal. Ja. Und? In der Johannes-Balmstraße 75. Äh, und wie ist Johannes-Balmstraße? 75. 70? 75. 75. 70. Schlafen, ja. Und? Hier, wir zeigen euch die Natur mal. Ja, hier. Hier sind Bären. Weißt du hier, wie heißt sie? Kirschen. Kirschen. Kirschen haben wir hier. Nein, das sind gar keine Kirschen. Das sind giftige, das sind giftige Bären für Vögel. Vögel. Äh, das ist äh, 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 vorwechselnd äh, giftige Bären für Vögel. Äh, das ist aber nicht äh, Gift für Vögel. Ja. Das ist Essen für Vögel. Ja. Okay. Ja. Ihr erreicht jetzt, siehst irgendwelchen Baum. Zu Weihnachten, äh, äh, kriegt ihr keine Geschenke zu Weihnachten. Warte mal. Da liegt es kein Weihnachtsbaum. Warte. Warte mal. Ähm, macht das Video so kürzer als 70 Minuten. Ähm, äh, Video an längst kann es zwei Stunden dauern. Genauso. Zwei Stunden. Nur ein paar Minuten dauern. Und äh, das wenigste Video ist 20 Sekunden. Hab ich. Das ist der Spielplatz. So, mein Kanal heißt Familie Verrückt. Die Familie hat doch... Was? Familie Verrückt? Ähm, äh, unsere Playmobil-Familie. Ihr kennt hier nicht die, äh, natürlich die Familie Verrückt. Müsst ihr die Videos, äh, schauen und meinen Kanal abonnieren. Und eine Daumen nach oben oder Daumen nach unten machen. Äh, ein Like nach oben oder... Nein, ein Like nach unten. Und hier ist ein Fan. Und jetzt machen wir noch eine Challenge. Echt? 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 bei einer aidenden Schiele 웬� avoided? Echt? 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 Tschüss Leute, bis nächstes Video, ciao!